Friedrich I. von Brandenburg war der erste Kurfürst von Brandenburg aus dem Haus Hohensollern. Er war als Friedrich VI. zunächst Burggraf von Nürnberg, nach der Erbteilung durch seinen Vater, Markgraf von Brandenburg-Ansbach und durch den Tod seines älteren Bruders Johann auch Markgraf von Brandenburg-Kulmbach. Er war der letzte Burggraf von Nürnberg. Leben, Herkunft und erster Lebensabschnitt Friedrich war der Sohn von Burggraf Friedrich V. von Nürnberg und Elisabeth von Meißen. Friedrich kam um das Jahr 1389 an den Hof seines Schwagers Herzog Albrecht III., nach dessen Tod 1395 trat Friedrich erstmals im Zusammenhang mit dem von Papst Bonifatius IX. Ausgerufenen Kreuzzug gegen die Türken in den Dienst des ungarischen und späteren römisch-deutschen König Sigismund. 1396 noch zu Lebzeiten seines Vaters nahmen Friedrich und sein älterer Bruder Johann an dem Feldzug gegen die Türken teil, der auf dem rechten Donauufer in der Nähe der Stadt Nikopolis im heutigen Bulgarien scheiterte. Beide Brüder entkamen gerade noch. Johann konnte bei dieser Gelegenheit den König von Ungarn vor der Gefangennahme retten. Margarete, die Gattin Johans, war die Schwester von König Sigismund. Nach der Rückkehr teilte er mit seinem Bruder Johann im Sinne der Disposition Friedrichiana des Vaters das Erbe. Bei den Hohen Sollern wurde noch kein Erstgeburtsrecht umgesetzt. Der Besitz sollte höchstens zweigeteilt werden. Zudem war bestimmt die ersten zehn Jahre der Regentschaft gemeinsam auszuüben. Johann erhielt Kulmbach Friedrich Ansbach. Zunächst versuchte er in den Reichswirren zwischen König Wenzel von Böhmen und der Partei Ruprechts von der Pfalz zu vermitteln, schlug sich im September 1399 jedoch auf die Seite Ruprechts, der mit einer Schwester Friedrichs Elisabeth von Hohen Sollern Nürnberg verheiratet war, Dienstmann am ungarischen Hofes Sigismunds. Ein im Jahre 1405 mit der freien Reichsstadt Rotenburg ob der Tauber beginnender Streit, der sich in den folgenden Jahren zur offenen Fede ausweitete, belastete die Finanzen des Burggrafen erheblich. Im Sommer 1407 führte er ein Heer von rund 8000 Rittern, Söldnern und Kriegsknechten gegen Rotenburg und belagerte die Stadt. Bis in den Spätherbst hinein lag man um die Stadt, konnte aber ohne schweres Belagerungsgerät die Stadt weder stürmen, noch wegen der ausreichend vorhandenen Lebensmittel aus Hungern. Die Belagerungsstreitmacht zehrte alle finanziellen Reserven des Burggrafen auf und im November 1407 war dieser nahezu zahlungsunfähig. Anfang 1408 wurden Friedensverhandlungen aufgenommen, die zuvor von der Stadt Mergentheim zusammen mit dem Marbacher Bund vermittelt wurden. Am 8. Februar 1408 erging von König Ruprecht der Schiedsspruch, wonach die zuvor gegen Rotenburg ausgesprochene Reichsacht aufgehoben wurde. Kriegsentschädigungen hatte keine der Konfliktparteien zu leisten und beide Seiten sollten ihre Kriegskosten selbst tragen. Zur Wende des Jahres 1408-09 war die Schuldenlast derart drückend geworden, dass die Auflösung des fürstlichen Haushalts auf der Kadolzburg ernstlich in Erwägung gezogen wurde. Der Burggraf sah sich vor dem Schritt mit seiner Familie zu seinem Bruder Johann nach Bayreuth zu ziehen. Da erschien der fränkischen Ritter Ehrenfried von Seckendorf auf der Kadolzburg und unterbreitete dem Burggrafen den Vorschlag, König Sigismunds von Ungarn, als Kriegsmann zu dienen. Gegen eine jährliche Zahlung von 4000 Guldes trat Friedrich am 1. Februar 1409 in den Dienst des Königs von Ungarn, Teilnahme an Königs Wallu, Hauptmannschaft in der Mark als der deutsche König Ruprecht am 18. Mai 1410 starb, gab es im Reich drei Thronkandidaten aus dem Haus Luxemburg. Wenzel IV. von Böhmen, sein jüngerer Bruder Sigismund von Ungarn und ihr Vetter Jobst von Meeren. Am 20. September 1410 nahm Friedrich ausgestattet mit Vollmachten an der Wahl in Frankfurt am Main teil, bei der Sigismund mit äußerst umstrittenen drei Stimmen die Wahl zum deutschen König gewann. Formell war Wenzel noch immer rechtmäßiger König, weshalb sich Kursachsen, der Markgraf Jobst von Meeren als Pfandinhaber der Kurmark und die Erzbischöfe von Mainz und Köln jeder neuen Wahl widersetzten. Letztere erschienen, obwohl in Frankfurt nicht zur Stimmabgabe. Der König und Kurfürst von Böhmen, Wenzel IV. und der Kurfürst von Sachsen erschienen nicht in Frankfurt. Im Oktober 1410 behauptete Jobst seine Kurstimme und gewann mit vier der sieben Kurstimmen in einer zweiten Wahl den deutschen Thron. Nachdem er im Januar 1411 unter ungeklärten Umständen starb, konnte Sigismund Brandenburg und seine Kurstimme zurückverlangen und seine Wahl als deutscher König sichern. Zum Dank für Friedrichsdienste machte ihn König Sigismund zum obersten Hauptmann und 1411 zum Verwalter der Marken. Durch geschickte Bündnispolitik mit dem Erzbischof von Magdeburg und den Herzögen von Braunschweig und Lüneburg sowie tatkräftiger Unterstützung. Durch Truppen aus seinen fränkischen Stammlanden gelang es Friedrich unter Verwendung moderner Belagerungswaffen, insbesondere Belagerungsgeschützen und Büchsen im Februar und März 1414 alle wichtigen Schlösser und Burgen des rebellischen, märkischen Adels zu erobern, darunter Friesack, Plauen, Beuten, Golzow. Insbesondere Teile der Quitzusch führten jedoch noch jahrelang einen Raub- und Plünderungskampf in der Mark als auch im magdeburgischen Erzbesturm. 1415 schloss er sich dagegen Ludwig VII. von Bayern in Golstadt-Gerich-Thetensittich-Gesellschaft an, deren Mitglied er auch nach der Umwandlung in die Konstanzer Liga blieb. Hierbei spielte die verwandtschaftliche Beziehung zu seinem Schwager Herzog Heinrich XVI. von Bayern-Lanzhut eine wesentliche Rolle. Konstanzer Konzil U. Erhebung in den Kurfürstenstand auf dem Konzil zu Konstanz verlieh ihm König Sigismund am 30. April 1415 die erbliche Würde des Maggrafen und Kurfürsten von Brandenburg. Am 21. Oktober 1415 huldigten ihm die brandenburgischen Stände auf einem Landtag zu Berlin. Die förmliche Belehnung mit der Kurmark und die Verleihung der Würde des Erzkämmerers vollzog der König wiederum in Konstanz auf dem oberen Markt. Am 18. April 1417 Die zeitgenössische Darstellung links im oberen Teil zeigt Friedrich I., stehend hinter je einem Bannerträger mit dem Wappen Brandenburgs und dem Stammwappen der Hohensäulern. In Erwartung der förmlichen Belehnung durch König Sigismund, der im linken oberen Bildabschnitt zu sehen ist. Nach Beendigung des Konzils verließ der König das Reich zu einer mehrmonatigen Auslandsreise an die Höfe Spaniens und Englands. Während seiner Abwesenheit bestimmte er Maggraf Friedrich I. entgegen den Regelungen der Goldenen Bohle zum Reichsverweser der deutschen Lande. Dass die Stellung Friedrichs I. als Reichsverweser vom Kollegium der Kurfürsten nicht angefochten wurde, bezeugt das außerordentliche Vertrauensverhältnis zum König und das Ansehen in dem Friedrich in weiten Teilen des Reiches stand. Zu dieser Zeit galt er unter den Kurfürsten sogar als erster Kandidat für eine etwaige Königswahl. Auch König Sigismund erwog eine Kandidatur Friedrichs zum römisch-deutschen König nachdem er vom Papst zum Kaiser gesalbt worden wäre. Zerwürfnis mit König Sigismund in den 1420er Jahren trübte sich das Verhältnis zwischen Sigismund und Friedrich I. Punkt. Hierbei spielten unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Am 8. April 1421 kam es in Krakau, der damaligen Residenz der polnischen Könige, zu einem Heirats- und Bündniskontrakt zwischen Brandenburg und Polen. Die damals designierte Alleinerbin, Kronprinzessin Hedwig, wurde mit dem zweiten Sohn Friedrichs, dem späteren Friedrich II., von Brandenburg verlobt. Das Motiv auf Seiten Friedrichs bestand vor allem darin, Polen als einen mächtigen Verbündeten zu gewinnen, um damit den deutschen Orden zur Rückgabe der verpfändeten Neumarkt zu bewegen. Zu Anfang sah Sigismund in diesem Bündnis eine willkommene Möglichkeit durch Vermittlung Friedrichs, den polnischen Hof für den Kampf gegen die bislang unbesiegten Hussiten zu gewinnen. Am 5. September 1421 erhielt Friedrich I. vom König die Bestallungsurkunde zur Hauptmannschaft über ein neues Reich schier. Auch jener neuerliche Feldzug wie alle Vorangegangenen endete nach einigen Monaten mit Verlusten. Gehörte Friedrich I. in den 1410er Jahren zu den allerengsten Beratern von Sigismund, So war durch die Verheiratung von dessen einzigem Kind, Elisabeth von Böhmen und Ungarn, am 28. September 1421 mit Herzog Albrecht V., von Österreich, dem späteren römisch-deutschen König Albrecht II., eine neue Partei am Hof entstanden. Friedrich I. wurde unterstellt, den Feldzug nur halbherzig geführt zu haben. Polen wurde verdächtigt mit Litauen aktiv die Hussiten zu unterstützen und mit diesen gemeinsam, indirekt Kurfürst Friedrich. Im 1424 gebildeten Binger Kurverein war Friedrich eine treibende Kraft beim Zusammenschluss der Kurfürsten. Diese in seinen Augen gegen ihn gerichteten Untergrabungen seiner königlichen Autorität. Empfand Sigismunds als undank seitens des Maggrafen Friedrich I. von Brandenburg, wobei sein impulsiver Charakter ungenedig gegen einen vermeintlichen Gegner, wie andererseits gönnerhaft gegenüber loyal Gesinnten war, dessen ungeachtet verrichtete Friedrich weiterhin treu als hoher Reichsfürst und Parteigänger des Königs seinen Dienst. Ein nach dem Tod Sigismunds von Friedrich an seinen dritten Sohn Albrecht gerichteter Brief, mag hier stellvertretend als Nachweis dienen, wenn er schreibt, Lieber Albrecht, ich habe dich und deine Brüder erhöht, dass ihr alle Fürstengenossen sein könnt, was niemals durch das Burggrafentham allein möglich gewesen wäre. Darum bist du auch verpflichtet Gott zu bitten für des Kaisers Seele, von dem wir das haben. Erste er mir zu Zeiten auch ungenedig gewesen, so ist er mir doch wieder gnädig geworden. Fäden in der Mark und in Franken, fortgesetzte Verwicklungen mit den Herzögen von Mecklenburg und denen von Pommern, verbunden mit andauernden Fäden zwischen den bayerischen Herzögen, in die er durch die schon erwähnten verwandtschaftlichen Beziehungen zu Herzog Heinrich von Bayernlandshut unmittelbar verknüpft war und Letztendlich die Feldzüge gegen die Hussiten, nebst anderen Reichsangelegenheiten, führten zu einer ständigen Überbeanspruchung der finanziellen Mittel wie auch der physischen und psychischen Kräfte. Seine Ehefrau Elisabeth war ihm hierbei stets eine geistreiche wie auch willensstarke Gefährtin. Während seiner vielen Abwesenheiten vertrat sie ihn jeweils entweder in der Mark oder in den fränkischen Stammlanden. Wenn dieser Umstand für die Zeit zwar nicht unbedingt ein Novum war, so war es dennoch sehr beachtenswert, das noch zu Lebzeiten des Fürsten dessen Frau weitreichende Vollmachten ausübte. Er sprach gleichzeitig für ihre ausgeprägten Talente wie auch für das besonders vertrauensvolle und sich ergänzende Verhältnis zueinander. 1425 war er das letzte Mal in der Mark Brandenburg und überließ von da an die Regierungsgeschäfte als Markgraf seinem ältesten Sohn Johann dem. Alchemisten Er selbst blieb aber Kurfürst Friedrich residierte alles in allem nur wenige Jahre in der Mark. Es gelang ihm dennoch in dieser mehrmals unterbrochenen Zeit, den allgemeinen Landfrieden wiederherzustellen, wenn auch erst sein Urenkel Joachim I., dem allgemeinen Raubwedewesen nachhaltig Einhalt gebieten konnte. Seit 1427 organisierte er nochmals den Reichskrieg gegen die Hussiten und wirkte anlässlich des Konzils von Basel am 30. November 1433 wesentlich. Bei der Vermittlung durch die Pager Kompaktarten, Verkauf der Nürnberger Reichsburg nach der Zustimmung von König Sigismund Schlossenfriedrich, seine Gemahlin und die erreichbaren Glieder seines Hauses am 27. Juni 1427, einen Vertrag über den Verkauf der Nürnberger Burg samt dem Amt der Weste und zusätzlichen Zugehörungen für 120.000 Gulden mit dem Rat und somit der Reichsstadt Nürnberg. Schon im Jahre 1420 kam es zur Zerstörung der Nürnberger Burg Grafenburg durch Truppen des Herzogs Ludwig VII. von Bayern in Gullstadt. Sie wurde danach von den Hohen Sollern nicht mehr wieder aufgebaut. Diesen Konflikt gingen aber schon zu Vorunstimmigkeiten mit dem Stadtrat voraus. Diese waren bereits zu Zeiten seines Vaters Friedrich V. von Nürnberg immer wieder zu Tage getreten. Ein zunehmend selbstbewusst gewordener Patrizierath wollte sich zunehmend von der burggräflichen Vormundschaft emanzipieren. Obwohl die fränkischen Hohen Sollern auch danach noch den Namenszusatz Burg Graf zu Nürnberg in ihrem Titel führten, bedeutete der Verkauf letztendlich doch das Ende der staatsrechtlichen Existenz der Burg Grafschaft Nürnberg. Der nördliche burggräfliche Anteil an der Burg lag seit dem Jahr 1420 in Trümmern. Nach dem Tod Konrad II. von Raps war der südliche Teil der Burg Grafenburg an das Nürnberger Ägidienkloster gegangen. Die Bemerkung des Nürnberger Stadtchronisten Sigmund Meisterlin wird dadurch verständlich, mit der er die Burg Grafenburg als Pavum Fortalizium, also als kleine Befestigung, bezeichnete. Mit dem Burganteil wurde auch der Besitz an den beiden Reichswäldern abgegeben, jedoch unter Vorbehalt des Geleitsrechtes und Wildbahnes, sowie des Zeidegerichts in Feucht. Mit dem Verkauf war auch eine finanzielle Einbuße durch wegfallende Einnahmen aus der reichen Tuchmacher-Vorstadt Wörth verbunden. Der Grund für die Veräußerung war der finanzielle Engpass, in dem sich Friedrich befand. Er war hervorgerufen worden durch die hohen Schuldverpflichtungen der zahlreichen Neuerwerbungen und die kostspieligen Übernahme der Mark Brandenburg, hier vor allem durch den Feldzug in der Uckermark. Schon 1424 hatte Friedrich auf die erst 1419 erworbene Nürnberger Reichsmünze gegen Erstattung einer Pfandablösesumme zugunsten der Stadt. Verzichten müssen 1422 wurde durch den Nürnberger Rat zudem eine Kreditsperre verhängt. Versöhnung mit Siegesmund Ende der 1420er Jahre war man sich sowohl im Reich als auch seitens der katholischen Kirche im Klaren, dass der Konflikt gegen die böhmischen Hossiden nicht auf militärischem Weg beigelegt werden konnte. Die Erfolge der Hossiden auf dem Schlachtfeld wurden von vielen als ein Fluch betrachtet und als eine göttliche Ermahnung, die an Geist und Gliedern erkrankte katholische Kirche dringend zu reformieren. Bei den schon im Vorfeld des Basler Konzils begonnenen Verhandlungen, sowie auch während des Konzils selbst, bewies Friedrich als einer der Vertreter der weltlichen Fürsten, erneut auf herausragende Weise sein diplomatisches Geschick und gewann wieder zunehmend das Vertrauen Siegesmunds. Zum Zeitpunkt, als Siegesmund am 31. Mai 1433 in Rom von Papst Eugen IV. zum Kaiser gesalbt wurde, war das Verhältnis zu Friedrich I. weitestgehend wiederhergestellt, wenngleich es nie wieder das tiefe Vertrauensverhältnis erlangte. Tod und Vermächtnis-Disposition Friedericianer Nach einem bewegten Leben, das ihm das Kurfürstenamt verschaffte, sah er 1437 sein Leben langsam zu Ende gehen. Sechs Töchter und vier Söhne hat ihm seine Frau Elisabeth geschenkt, bis auf Sophie erreichten, für damalige Verhältnisse ungewöhnlich, alle das Erwachsenenalter. Die Erbfolge wurde einvernehmlich geregelt, Vor allem die weiterhin gefährdete und unruhige Mark Brandenburg, die seit 1426 von seinem ältesten Sohn Johann regiert wurde, sorgte ihn fortgesetzt. Die Regierung des wenig ehrgeizigen Johans zeigte, dass es ihm an der notwendigen Autorität und Disziplin fehlte, das Fürstentum zu regieren. Das führte zu dem ungewöhnlichen Schritt in der Erbfolge, die Primogenitur außer Kraft zu setzen und stattdessen seinem zweitältesten Sohn Friedrich, die Mark und das Kurfürstenamt zu übertragen und dies wiederum mit seinem gleichnamigen, jüngsten Bruder Friedrich der Jüngere, in den ersten Jahren gemeinschaftlich. Der älteste Sohn Johann und der drittälteste Albrecht sollten sich die fränkischen Stammlande teilen, wobei Johann das Vorrecht der ersten Wahl zugesprochen wurde. Dieser entschied sich für das Gebiet um Kulmbach und somit verblieb Albrecht das Gebiet um Ansbach. Johann akzeptierte die Entscheidung des Vaters und bei allen späteren Entscheidungen der drei älteren Brüder stand dem Willen des Vaters. Entsprechend die Einheit der Hohen Sollern im Vordergrund am 20. September 1440 starb Friedrich I. im Alter von wahrscheinlich 69 Jahren auf der K. Deutzburg. Die sterblichen Überreste ruhen heute in einem steinernen Sammelsarg in der Gruft unter dem Hochgrab des Markgrafen Georg Friedrich I., der ältere und 20 anderer Mitglieder der fränkischen Hohen Sollern in der Ehe im Klosterkirche von Heilsbronn. 1853 wurde die Kirche renoviert und die in den eingestürzten Gräbern aufgefundene Gebeine in diesen Sammelsarg verbracht. Auf dem von ihm gestifteten K. Deutzburger Alter von 1425 30. ist er zusammen mit seiner Gemahlin als Stifterpaar abgebildet. Das Original des dreiflügeligen Altars befindet sich heute im Jagdschloss Grunewald in Berlin. Nachleben Friedrich I. von Brandenburg führte, wie schon sein Vater Friedrich V., von Nürnberg die für die Hohen Sollern so erfolgreiche Reichspolitik fort. Ob Friedrich dies in programmatischer Weise immer im Plan hatte oder aber ob der Zufall in Verbindung mit dem drohenden finanziellen Bankrott zur Jahreswende 1408-09 und der Vermittlung an den ungarischen Hof durch den Ritter Ehrenfried von Seckendorf eine glückliche Fügung war, ist sicherlich nicht leicht zu beantworten, dass Friedrich schon aus dem Grundprinzip heraus quasi als Reichsbeamter dem jeweiligen König zu diensten war. Er gibt sich alleine schon aus dem Amt des Burggrafen. Die vermittelnde Rolle, die er als junger unverheirateter und somit dynastisch ungebundener Ritter in den Auseinandersetzungen zwischen den Kurfürsten und König Wenzel zum Ende des 14. Jahrhunderts inne hatte, spricht durchaus dafür, dass er sich bereits bewusst in Reichsangelegenheiten einbrachte, um sein Prestige zu fördern. Die spätere Parteinnahme für seinen Schwager, Ruprecht III., Kurfürst und Pfalzgraf Bayrein, dem späteren römisch-deutschen König Ruprecht, darf an der Stelle eine Mischung aus opportunistischem Pragmatismus wie auch eine Folge der engen, verwandtschaftlichen Beziehung sein. Für ihn selbst ging die Rechnung jedoch durchaus nicht auf. Der von König Ruprecht erlas seine Schiedsspruch anlässlich der Fede zwischen der Reichsstadt Rothenburg und dem Burggrafen Friedrich VI., führte zum erwähnten faktischen Bankrott. An dieser Stelle könnte man von einer Sackgasse in Reichsangelegenheiten sprechen. Hier kommt nun der Zufall oder Fügung ins Spiel, in dem Friedrich 1409 seinen zukünftigen Gönner, König Sigismund von Ungarn traf und in dessen Dienst trat. Die kommenden Jahrzehnte sahen Friedrich 1410 als Königsmacher aufsteigen, 1411 als Hauptmann und rechten Opristen der Mark, 1415 als erblichen Markgrafen und Kurfürsten der Mark, als zeitweiligen Reichsverweser und als einen Ton angebenden Reichsfürsten im Kollegium der Kurfürsten. Interessant an dieser Stelle der Umstand, dass man ihm keinen Beinamen gab. Während die Epoche nicht geizig war in der Vergabe solcher Namen, wie man schon alleine an seinen direkten Nachfahren sieht, Friedrich II., Eisenzahn, Albrecht III., Eichries, Johann, Cicero, Joachimie, Nestor, blieb Friedrich I. vor der Geschichte einfach nur Friedrich I., der I. aus dem Hause Hohensollern als Kurfürst in der Mark und Stammvater zukünftiger preußischer Könige und deutscher Kaiser. Nachkommen Friedrich heiratete am 18. September 1401 Elisabeth, die Tochter des Herzogs Friedrich von Bayern-Lanzhut Elisabeth, Lähmniskarte I., 1418, 20. Herzog Ludwig II., von Liednitz und Brieg, Lähmniskarte II., 1438, 39. Herzog Wenzel von Teschen Johann der Alchemist, verzichtet auf die erstgeborenen Rechte, 1437, Markgraf von Kulmbach, Bayreuth, Lähmniskarte 1416, Prinzessin Barbara von Sachsen-Wittenberg, Zezilie, Lähmniskarte 1423, Herzog Wilhelm I., von Braunschweig, Lüneburg, Margarete, Lähmniskarte I., 1423, Herzog Albrecht V., zu Mecklenburg, Lähmniskarte II., 1441, Herzog Ludwig VIII., von Bayern in Gohlstadt Magdalene, Lähmniskarte 1426, Herzog Friedrich II., von Braunschweig, Lüneburg, Friedrich II., Eisenzahn, Kurfürst von Brandenburg, Lähmniskarte 1446, Prinzessin Katharina von Sachsen-Albrecht III., Achilles Kurfürst von Brandenburg, Lähmniskarte I., 1446, Prinzessin Margarete von Baden, Lähmniskarte II., 1458, Prinzessin Anna von Sachsen-Sophie, Dorothea, Lähmniskarte 1432, Herzog Heinrich IV., von Mecklenburg Friedrich der Jüngere, auch der Vette genannt, Herr der Altmark, 1447, Lähmniskarte 1449, Prinzessin Agnes von Pommern Denkmäler, Für die Berliner Siegesallee gestaltete Ludwig Manzel die Denkmalgruppe 15 mit einem Standbild Friedrichs im Zentrum, blankiert von den Seitenfiguren von Johann Graf von Hohenlohe und Landeshauptmann Wind von Eilburg aus dem Haus Eulenburg. Die Enthüllung der Gruppe fand am 28. August 1900 statt. Ein Bronzeabguss der Hauptfigur befindet sich heute als Denkmal auf der Burg Tongermünde. In Havelberg befindet sich der 1912 errichtete Burg Grafenstein mit einem Friedrich darstellenden Bronzerrelief, der an den Einzug Friedrichs in die Mark Brandenburg 1412 erinnert. Im Kaiser Wilhelm Denkmal der Stadt Wülfrath in Nordrhein-Westfalen erinnerte Helm Friedrichs an ihn als den ersten Kurfürsten aus dem Hause der Hohensollern. Titel 1415 trug er folgenden Titel 4 Friedrich von Gottes Gnaden Mark Graf zu Brandenburg, des heiligen Romy Schenriches Erzkammerer und Burg Graf zu Nuremberg. Titel 151